Die Rhetorik ist streckenweise gebiegen. Ich spielte einfach gerne. Dein Vater hat es damals gesagt. Seine Stimme habe ich immer noch am Ohr. Als er sah, wie wir tanzten, noch zu welcher Musik. Da hat er damals gesagt. Wir tanzen in die Wilden und das ist keine Musik. Das ist Schlachtlärm vom Haaren. Tanzt überwaltsam. Seht euch so an, dass eure Eltern sich nicht förmlich schämen. Und meine Mutter sprach von zivilisiertem Aussehen. Und das hast du immer mit dem Zerrissen im Boot. Und sie sprach von zivilisiertem Benehmen und Schwarzbedürft. So beim Essen. Was sollen Leute denken? Und inzwischen Blick ich die Hosen und ich schmalz mich beim Essen. Ich hör sogar Mozart. Aber jetzt hör ich es wieder. Von den Vätern der Nationen, von den Onkels und Tanken. Der politischen Instanzen. Dieselben Räute, dieselben Phrasen. Noch in dieselbe durch kein Nudel dem Oral. Und darum sag ich kaum. Wir werden da waren. Ich habe viel mehr von der Fläder und die festlichen Werte. Komm, wir werden Barbaren. Ich habe viel mehr von der sogenannten Zivilisten Welt. Komm, wir werden Barbaren. Du bist nicht weg. Du bildest dieses Leben. Kann es nicht geben, wenn man so denkt. Bundeskanz. Das ist ein sehr gut aus. Jetzt. Und sie reden von demokratischen Traditionen, von entdeckend Toleranz, und sie reden von einem Angriff auf die Freiheit. Dabei ist es ganz genauso wie bei Physiko, Physiko dieses wundervolle Gesellschaftsspielen. Im Frühjahr musste man andere Länder erobern, und auf einmal durfte man sie befreien. Und deswegen haben wir jetzt eine Friedensarmee. Deswegen ist im Gesangspuch der Bundeswehr We Shall Overcome abgedruckt. Und deswegen heißen Kriegstote schon seit längerem Kollateralschaden. Das klingt so angenehm vertraut nach Versicherungsvertreter. Sind sie schon gegen Kollateralschaden? Versichert ihr Hidner etwas? Speziell ist sie zugeschnitten. Komm, lass uns wieder mit den Fingern essen. Scheiß auf Messer und Gabel, das ist die Vorstufe zu Schwert und Spieß. Der erste Schritt zum Krieg und... Fingern können doch so zärtlich sein. Komm, wir werden Barbaren. Ich hab genug von der Gelegenheit und die christlichen Werte. Komm, wir werden Barbaren. Ich hab genug von vielen Wäldern, nachdem ich sie entfällt. Komm, wir werden Barbaren. Du und ich. Denn ein gutes Weg ist Leben. Kann es nicht geben, wenn man die Welt zwölf Sonntagszeit und hey. Die Welt zwölf Sonntagszeit und hey. Lass uns die Welt durchschreifen, wie Barbaren, als Werte. Es gibt Ackerbau, nie gegeben, wie das eingeteuert Land. Und die Katzen auf den Staat mit ihren Grässen und Papieren und ihren Einwohner-Meldeamts-Verschünderungsmaßnahmen. Komm, wir werden Barbaren. Ich hab genug von den Fingern und die christlichen Werte. Komm, wir werden Barbaren. Komm, wir werden Barbaren. Ich hab genug von den Fingern und die christlichen Werte. Komm, wir werden Barbaren. Du und ich. Deine Welt ist gutes Leben und kann es nicht geben, wenn man vergisst, dass nur zu lebend wichtig ist. Woh милли mits! sensaue dir.